Hoho, Samstag, 15.04.2023, das Jahr der großen Freude. Nasu, guck mal, wir gehen heute stänkern. Wir gehen nach Klado, da kenn ich noch ein paar Jungs, die haben noch eine Rechnung bei mir offen. Da gehen wir hin. Und hier, das 8er Eisen, mein ganz großer Favorit. Es ist das beste Argument überhaupt. Onkel, alles in Ordnung bei dir? Ja, Mann, wir machen doch heute Guerilla-Golfen. Denkst du denn, ich gehe auf so einen verpufften, ollen, blöden Platz und lass mir die gute Laune wegplaudern von dem Pseudo-Alpha-Männchen? Haha, da muss ich aber kichern. Nasu, mach dich bereit. Wir werden heute Sportsachen machen. Ja, das ist diese neue Welt. Spürst du die Veränderung? Also, ich spüre sie deutlich. Und mein ganz großer Favorit. Ja, Top Light 3. Hm? Kannst du mal ein bisschen ein paar Bälle durch die Gegend schmeißen? Ja, noch vor meinem letzten Urlaub in Fort Lauderdale. Aber darüber schweige ich lieber. Onkel, schön Wochenende. Und weiter. Und da damp enden douche Woche. �